guten morgen guten mittag und wunderschönen guten abend leute ich bin jack von jack in the game und willkommen zurück zu system shock dem remake des remasters des originals du bist tot aber was ist das ein weiterer Weg ein weiterer Weg in der Immortale das kann nur durch den Shodan, unsere Gottes und unser großartiger sie hat plans für alle von euch plans zu liberieren uns von diesen imperfekten Schatten um immer in peace und harmonie als wir sie und uns befreitern Waffenkammer, perfekt, genau was ich brauche. Drachen oder Munitionskiste? Oh, ist das Drachen oder für einen Shotgun? Für einen Shotgun, nice. Dragon Breath. Die Mini-Pistole brauche ich nicht. Das ist... Das ist crazy. Oh, hier ist nicht mehr, schade. Das ist der Fahrstuhl. Ich brauche auf jeden Fall mehr Geld. Jetzt noch, oder? Ja, jetzt noch Munitionskiste, oder? Das ist der Fahrstuhl. Es ist weg. Sie haben mich fast verabschiedet. Ich... Ich habe ihn geschaut, aber... Er weiß... Er weiß... besser, als er hier noch länger ist. Ich habe einen Schuss in die Hände. Es sieht aus, dass er mit Althea gesprochen hat, aber... sie hat nicht gesagt. Ich... Ich... Ich wünschte, er war zurück. Mal kurz da rüber. Da mal rein. Das sind eigentlich noch mehr als genug. Das ist gar kein Fun-Fact. Ähm... Teil 2 muss man nämlich dann, ähm... Manche Gegenstände erforschen, um sie nutzen zu können. Da brauchst du halt bestimmte Schmickerien für. War nicht schlecht gewesen. Mittlerweile bin ich echt schon richtig, äh... in der 2. Teil Remake wird in 30 Jahren. Hahahaha. Halte dir mal vor. Wir würden mir 30 Jahre warten müssen für den Remake. Aber egal! Bis dahin hoffe ich, dass es zumindest gut wird. wo es hinführt Ah, okay. So nach Seitengang. Aber dann gehen wir jetzt. Gehen wir nach rechts oder nach links? Ich komme hier gerade aus jetzt hier. Haben wir schon. Ich gehe erstmal hier lang. Gaskranaten, okay. Die Orangais. Gut zu wissen. Brauchen wir irgendwas davon? Ne. Ich gehe live gerade. B2B live irgendwie. Aber falsche Sicherheit kann auch sehr gefährlich sein. Also wenn ich mich jetzt nicht so sehr darauf verlassen, dass es so einfach ist. So... 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann liegt er perfekt. Da komme ich nicht rein. Was ist gerade für... Aha. Hm. Granate. Das klingt doch super. Ah, der Cargo-Lift. Guck mal. Okay, erstmal... Ja, mach ich jetzt mal aus. So, ich war ja schon da. So. Karte. Da kam ich. Also... Gehen wir... Hm, da komme ich nicht rein. Und das ist mir gesperrt. Ohne Karte für. Das ist kaputt. Also, weiter zu Beta. Beta ist alles zu. So gut wie alles. Cyborg 43 S. The current strain of the virus is reaching its, is reaching its toxic perfection. The subjects in, 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 in... The level 6 residential zones have grown tumors as their bodies are purified. With my creation, guard the executive level well. I sense infiltration. Filtration, infiltration, infiltration. Hey, hier ist nix mehr. Hier ist kein Strom aber. Wurde zu alt war. Oh Gott. Was ist denn du denn bitte? What the fuck bist du denn gerade gewesen? Ich bin kein Strom. Oh. Show Dan's pulling so much power to the system that in order to combat the constant power outages we've been experiencing in Beta Quadrant, I've had to install manual switches in Alpha. Well, at least now there's a problem with the lights and doors. We can get them working again. Ich bin so ganz zugehört. Warte mal kurz. Ich bin so neugierig, was er gesagt hat. Äh, Forschung? Hm. Stromversammlung und Beta-Quanten leiden noch immer mit den Stromschlößen, die durch die jüngsten vier Funktionen von den Schulern verursacht wurden. Auf Bitten von habe ich im Alpha-Quanten Schutzverhältnis für den Fall 1. Oh, das ist gut zu wissen. Wenn wir zu Beta-Quanten wollen, müssen wir auch über zu Alpha. Auf Bitten von dem. Das ist klar. Das ist klar. Wo ist das denn jetzt hin? Hä? Es ist unheimlich, dass es weg ist. Aber gut, okay. So, ich glaube, jetzt habe ich die Möglichkeit, gleich ins Linksektor zu gehen. Okay. Oh Gott. Nein, nicht, nicht da laden. Das ist eigentlich nur. Um das viel kommen. Mal hier hochklettern. Da kann man her vorher. Da ist gar nichts mehr. So, nochmal da lang. Das ist weh. Noch mehr von euch. Was waren das alle, oder? Oh Gott. Oh Gott. Okay, we're down. Oh Gott. Left. Nothing, 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 nothing. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Okay, irgendetwas von Nanomaschinen hat gelabert. Ja, ich seh, Drahlung, oder biochemisch, also muss ich schnell vorbei und ab, okay, ich hab eigentlich, ja, es war, es war ein Fehler. Gut, das ist hochhaltig, aber kaum noch live. Oh, Mama. Schöne Ding. Ach, mir fehlt grad der Platz dafür. Nicht der Platz, aber ich hab keinen Slot mehr frei dafür. Ich kann ja erstmal, so, komm ich nicht hoch, schade. Wohl, anderen Teil komm ich dann da rein, ne? Ja. Lass ein Bäuchchen hoch. Oh, Mann, liegt noch was, was ist das Schrott? Irgendwie anscheinend da oben, aber, ach, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß, dass ich weiter untersuche. Gut, ich werde einfach wieder den ganzen Weg zurückgehen und mich besserem widmen. Nicht der lang. Ach, muss ich so oder so? Oh, Gott. Meine Güte. Oh, Schrott bekommen. Äh, ah, siehst du, es hat total Strom hier. Hauptsichtgerät haben wir schon gehabt. Was ist das? Teleporter. Mini-Pistole ohne Munition. Wegschmeißen. Oh, ein Upgrade. Kühl-Mod-Kit. Nice. Nutzen. Da unten komm ich auch nicht so weit, oder? Mal gucken. Doch, da geht's noch weiter. Ah, für die Karte. So. Da ist gar nichts hier. Oh, doch, doch. Ne Waffe. Zum auseinanderknüppeln. So. Guck mal, da trinken wir noch lang. Okay, nachgucken. Ganz schön nachgucken. Lass mal mit. Gut. Sonst ist nichts gewesen. Was weiß ich jetzt, was ich mitgekommen habe? Detox. Ah, okay. Du hast überlebt. Wollte Einstellung. Ne. Auch mehr Inventables. Ich hab viel zu wenig Inventables gerade. Es gibt viel zu viele Granaten. Und da sind irgendwie ein Platz zum Recycle. Gugendwo. Somewhere. Okay. Das ist ja. Zacktron recommends a... Red Drink. ...today. Man. Doe mein Bruder talked me into getting out of the Service and coming to work on Citadel? ich bin der eigene pur zu brachte ich war Toma Fila. Auch dieses Log wird analysiert und befürchtet für irgendwelche Potentials der Rest. Also, gib mir eine verdammte Rage! Wo ist die Stammt denn? Meine Fortress ist bereits vollendet. Hm. in die Flüge der Erde. Meine Wimps werden die Lichterwälder, die verbreiten die Mühlen der Menschheit. Aus dem Chaos, sie gehen und wundern. Ich hoffe, dass ich mich enden. Okay, gut. Danke schön. Darcy, das ist Stacy Everson. Ich wollte sagen, dass eine andere Wurmhole wurde von Astral Diagnostik. Es ist stabil, von Astral Diagnostik. Und der Radiation-Level und Grammometrische sind großartig. Ich würde sagen, dass ich eine Probe sende, zu sehen, ob das ist irgendwo. Aber ich wundere, dass alles überwinden. Okay. 47% der Spezimien werden wiederholen. Die Schöne werden wiederholen. Die Schöne werden wiederholen. Die Schöne werden wiederholen. Die Schöne, die überwinden, sind unverläutig. Und zerren sich in den Schöneen. Die Flüge muss in ihnen liegen. Ich liebe Shodans Synchronsprecher. Oder, keine Ahnung, die ist eigentlich genial gemacht. Auf jeden Fall, Shodan Virus auf die Erde. Kann man noch nicht so hören. Was sind wir jetzt hier? Und weiter. Oh Gott. Oh, neuer Teil. Okay. Eistrill. Ah, okay. Okay. Ah. 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 I get it. Heistrill. Schub gehen wir damit, ne? Ah. Ah. Warte. Warte. Okay, jetzt war ich sie. weilige hagebottenprinzessin so einer schmiede kann ich nichts machen weil die sind gerade eingefroren weiter oh gott das wäre ja was schiefgang du und der gedreht wieder hergestellt um das hoch eingestellt da fack meine frage ist aber irgendwas falsch oder hier ist nichts zu sehen gerade großartig in dem raum noch mal rein so rein die mien war das probleme gewesen bei dem einen teil ich hätte mich nicht auf die mien verlassen sollen ich bin auch nicht so überreiflich sein sollen dabei ok super das neue fähigkeit aufmachen sehr schön ein bisschen ganz hoch heilen aber ich bin ja schon voll hoch heilt jetzt ja 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 Was ist das? Und noch schon geregelt. Stopp, da geht's. es geht einigermaßen jetzt besser und ohne rausbekommen werden jetzt hier ausweichen so gut es geht die schritten egal Ich bin ganz ordentlich die HP runter. Ich bin ganz ordentlich die HP runter und ich bin ganz ordentlich die HP runter und ich bin ganz ordentlich die HP runter. So, jetzt sehe ich mal rum. Ich habe ein Eis drauf gehabt, deswegen kein Schaden. Und da. Und da. Ich muss noch mal die Augen offen haben hier. Autsch. Ist irgendwo noch live? Wäre es ja eingetan, wenn ja. Lässt du noch aus, schade. Ich bin ganz klar. Das hat irgendwas Neues gebracht, oder? Nee, warum auch? Oh, warte mal. 249? Und wofür ist 249? Ich muss mit mir durchgucken hier. Forschung. Das ist Gefecht. Letzter Ausweg. Sicherheitsführungstext. Nein. Ausfall. Äh... Wurmloch. Oh. Ich weiß nicht, ob ihr rennt. Hm. Gut. Aber ich mache es ein bisschen Feierabend. Ich wollte eigentlich auf 40 Minuten hochschrauben. Ähm. Soll ich aber nicht, weil ich muss gleich einkaufen. Geht auch meine Tochter noch abgeholt in den Kindergarten. Also machen wir hier Feierabend. Und ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit System-Schock. Und wenn es euch gefallen hat, hacken, suben oder auch kommentieren. Dann bis demnächst. Schöne mit Öle. Bye-bye.